Wir haben das Flugzeug verbrannt. Das ganze Heroin, alle Statuen, es ist alles weg. Wenn dich die Vergangenheit wieder einholt... Stimmt was nicht, Charlie? Ich war nicht drauf. ...ist in der Zukunft kein Platz mehr für dich. Du hast das Recht verwirkt, dass man dir glaubt. Es geht doch um das Baby. Charlie hat das Gefühl, dass er das Baby retten muss. Weil er sich selbst nicht retten kann. Was machst du da? Was machst du da? Ich tu ihm ganz sicherlich weh. August. Nächsten Montag, 21.15 Uhr, ProSieben.